Die Großtrappe ist ein rund 16 Kilogramm schwerer Vogel und damit einer der größten flugfähigen Vögel der Welt. Weil sie lange Zeit vom Aussterben bedroht waren, sind Großtrappen besonders geschützt. Viele Großtrappen leben im Nordburgenland. Interessierte Besucher können diese besondere Vogelart nun von einem neuen Aussichtsturm beobachten. Sieben Meter hoch ist der neue Aussichtsturm bei Zurndorf. Von hier aus kann man die Großtrappen ideal beobachten. Das Burgenland ist für diese lange vom Aussterben bedrohte Tierart sehr wichtig. Erfreulicherweise hat das Burgenland eine ganz wesentliche Bedeutung für den Vogel. Und zwar ist es in Burgenland die wichtigste österreichische Population. Und wir haben wahrscheinlich mittlerweile in ganz Mitteleuropa die höchste Trappendichte hier im Burgenland. Also auf das können wir auch stolz sein. Im westpannonischen Raum, bestehend aus Teilen Niederösterreichs, des Burgenlandes sowie Ungarns und der Slowakei, gab es vor knapp 20 Jahren etwa 130 Großtrappen. Heute ist die Population auf 500 Tiere angewachsen. Wenn man sich anschaut, wie sich der Bestand gegen Ende des 20. Jahrhunderts reduziert hat und wie viele Individuen wir jetzt wieder haben, dann ist das schon ein großartiger Erfolg. Der neue Aussichtsturm wird zu drei Vierteln mit Geldern des EU-Förderprogramms live finanziert. Dieses Programm feiert heuer das 25-jährige Jubiläum und hat seither fast 16 Millionen Euro in den Naturschutz im Burgenland investiert. Wir wollen aber auch, dass die lokale Bevölkerung einfach die Trappe beobachten kann, ohne sie zu stören. Trappen sind sehr störungsempfindlich und deshalb ist ein Turm optimal. Da kann ich raufgehen, kann man die Trappen anschauen, aber ich störe sie nicht dabei. Aussichtsturm für die Trappen und natürlich auch dann für die Radfahrer, wo oben ein Plateau ist, wo sie sich erholen können, wo sie die Natur genießen können und sich von der Strapazen der Reise natürlich auch. Chef der Gesellschaft für Großtrappenschutz ist übrigens der frühere Agrarlandesrat Werner Falb-Meixner von der ÖVP. Er freut sich, dass den Tieren zuliebe die Mittelspannungsleitungen rund um Zurndorf in die Erde verlegt wurden. Der neue Aussichtsturm hat insgesamt 25.000 Euro gekostet.